Weil jeder immer denkt, im Football verletzt man sich nur und es am Ende doch niemanden irgendetwas gebracht hat. Ein taktisches Spiel, in dem jede Person seinen Platz finden kann, egal welche Körperstatur der Spieler dann hat. Auf meine WG-Jungs, mit denen kann ich immer und überall Spaß haben. Mein altes Team, die Highlanders, mit denen habe ich sieben Jahre zusammengespielt und die Zeit werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Glasknochen, weil ich in den Spielen immer kleine Wehwehchen hatte, die man kurz richten musste und dann war ich wieder fit. Oh je, immer nur kurz mein Knie, musste mal kurz drüber gucken und dann bin ich wieder rausgerannt. Mein abgeschlossenes Studium und ein erfolgreicher Platz in der GfL. Weil ich mir dort meine Spielzeit erarbeiten werde, im Training und da alles geben werde. Als ehemaliger Spieler und guter Freund. Bhuch. So. So. So.